Ich habe mich jetzt so schlau gemacht im Internet, wo ich hin muss. So ein bisschen quer durch die Stadt. Aber ich muss sagen, das Straßennetz ist ziemlich grundsätzlich, was die Bahnverbindungen angeht. Ich muss zweimal mit der Bahn fahren, da hat er ein Stückchen laufen. Und ich muss sagen, es ist so warm. Ich glaube, da werde ich ganz schnell wieder gesund. Und ja, das ist mein ganzes Zeug, das ich jetzt noch mitnehmen muss. Und dann heißt es, aufzugehen. Ist bestimmt total cool drauf, du freust dich nämlich aufzusehen. Also, ihr hört wieder von mir.